Was ist das hier? Eine Wartenschlange? Ja, Junge. Hä? Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute hier spielen überhaupt noch. Und dass sich so viele Leute für dieses Update interessieren. Boah, das ist ja mal was Neues. Also die Zeit werde ich jetzt nicht abwarten. Ich werde jetzt erstmal pennen. Dann morgen. Morgen. Ganz sicher. Und damit willkommen zu einem weiteren Video. Und willkommen zu Fortnite. Es ist kein Abrede, Schatz. Wir spielen heute Fortnite. Und das ist alles nur, weil wir dieses neue Update gemacht haben, wo man die OG-Map die OG-Map vom Jahre 2017, also ganz am Anfang von Fortnite spielen kann. Und weil ich den Anfang von Fortnite eigentlich gar nicht mal so schlecht fande, Ja, wollte ich das einfach mal spielen. Und mit euch hier mal anspielen. Übrigens, ich habe wirklich nichts gekauft in irgendeiner Richtung. Also, nicht mal am Anfang. So, ich habe gar nichts gekauft von dem Spiel. Falls das irgendjemand denkt. So. Ach Gott, wenn ich hier schon runtergucke, Alter. Ich kriege Bauchkrämpfe, was man hier alles sieht. Naja, wir wollen einfach das ganz normale Battle Royale spielen. Kein Bock auf irgendeinen anderen Scheiß. Falls hier jetzt irgendwie mit irgendwelchen anderen Ideen kommen. Nein, die werde ich nicht annehmen. Ich wollte es heute einfach mal spielen. Vor allem als Ausrede. Ich spiele das Spiel eh jeden Monat oder nein. Er hat gesagt, jeden zweiten Monat mal an. Also, nichts Neues bei mir. Na gut, nachdem letztes Mal irgendwelche komischen Dinosaurier und was weiß ich da für eine Kacke da waren. Haben wir jetzt einfach die ganz normale Map. Ich hoffe, dass es besser ist. Übrigens, tut mir leid wegen meiner Stimme. Aber ich war gestern bei der Lagune und habe mir wahrscheinlich was eingefangen. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Gott, da sind wir auch wieder. Ich glaube, ich muss auch keinen erklären, was das hier für ein Spiel ist. So, jeder hat das wahrscheinlich schon mitbekommen. Selbst ich. Und ich muss das Spiel mal leiser machen. Das ist auch so geschissen. Warum ist hier Copyright Musik noch mit dem Spiel? Ähm, ja. Wo bring ich denn jetzt erst hin? Komm, wisst ihr was? Ich muss das machen. Ich muss bei Lut Lake abspringen. Denn das war mein erster Ort, wo ich abgesprungen habe. Ähm, Anfang von... Ja, Fortnite. Wie heißt der? Tu kleiner Bastard. Ja, flieg schön weg. Nein. Was will er denn jetzt hier? Ja, flieg weg. So, Lut Lake freigeschaut. Leider ist hier nicht mehr alles wie früher. Also wir haben immer noch dieses komische behinderte Sprinten. Dann, äh... Noch andere Combo-Ford-Funktionen. Zum Beispiel das Leiden. Warte mal. So hier. Oder auch noch ganz viele andere Sachen. Oder die anderen Waffen noch. Ganz merkwürdig. Ja, ich kenne noch die alten Waffen. Aus... den OG-Zeiten. Da bin ich mir noch ganz sicher. Übrigens, falls wir jetzt hier, äh... keine Gegner bekommen, möchte ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Das hat sogar mit dem Thema etwas zu tun. Und zwar früher. Das, äh... Da hatte ich sogar noch meine Playstation. Hab sie immer noch. Aber... Ich hatte da nur die Playstation. Und... Dann abends... Ist das ein Spieler? Spring doch ab, Alter. Oh, das wird jetzt... Wo ist er? Wieso ist das... Ach so. Oh, ist denn das Bots oder so? Alter, die spielen sich ja wie Bots. Naja, auf jeden Fall. Abends so... Hab ich dann halt ein bisschen Vontag gespielt und so. Und dann hab ich aus Versehen... Es war wirklich aus Versehen. Das kann... Das könnt ihr mir glauben. Hab ich den, ähm... Den Rettetim-Welt-Modus in dieser Deluxe-Edition gekauft. Aus Versehen. Wirklich aus Versehen. Und dann einen Tag später... kam dann mein Vater und hat zu gesagt... Ja, hast du das gekauft? Und so. Und dann hab ich so gesagt... Ey, es war so auszusehen und so. Und dann wurde mir... Äh... Die Playstation 4... Eine Woche, glaube... Ja... Weggenommen. Also wirklich eine geile Story. Also... Es wurde auch nichts irgendwie zurückgenommen. Also... Die Sachen sind immer noch da, aber... Kein Bock auf der Playstation 4 zu spielen. Warum macht das die ganze Zeit so komische Geräusche? Ich bin halt nicht mehr so gut, weil... Okay, das war nie... Nie gut. Nicht schlecht. Wo ist der Kerl jetzt? Hin, nirgendwo. So, haben wir. Oh, 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 oh. Schön hinter dem Baum. Ah, hier, den Juice können wir uns... Oh, ich nehm erstmal ne kleinen Juice. Blub, 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 blub. So, ne kleine mit dem Ostoschen. Ach, wie früher. So. Der hat sich irgendwo da oben verschanzt. Keine Ahnung, was der da oben macht. Aber er macht was. Ich bin ja im Busch. Nein, ich bin ja im Wasser. Ich bin ja im Wasser. Ah, da hinten. Okay, ich treff gar nichts. Warte, wir müssen uns Skybase bauen. Na, warte. Warte. Das Bauen ist auch im Wasser richtig scheiße. Nein, ich wollte doch die Skybase bauen. Ja. Warte, ich muss näher reinkommen. Näher, näher, komm. Och, ich kann ja nicht schneller laufen. Ich treff gar nichts. Das ist geil. Was ist das für ein Kamm? Okay, ich hab ihn geschafft. Aber ich glaub, das war auch irgendwie so ein Mott. Alter, diese Spinn, die sich so scheiße. Okay, Maschinenpistole. Können wir mit dem Sturmgewehr austauschen. Ich weiß noch die Namen. Obwohl, die Waffe kenne ich hier gar nicht. Die sollte ich auch mal austauschen. Ich hab mir noch die Muni. Ja, dann halt nicht. So, Midi-Kit. Ja, brauch ich jetzt nicht. Ich hab den großen Juice dafür. Oh, kennt ihr noch die Einkaufswagen? Jawohl, let's go. Hab ich sogar in real life gemacht. Ich hab die einfach rumgeschoben. Hab mir einen von Penny genommen. Und dann, ähm, hab ich mit meinem Freundin, hat sich da einer aufgesetzt und dann haben wir erstmal ein bisschen Party gemacht da oben. Ach ja. Es leben nur noch 40 Leute, Junge. Was ist denn das für ein Lobby? Früher, wirklich, da hast du um dein Leben gekämpft. Und dann waren immer noch so viele Leute am Leben. Gott. Nee, dann tauscht das hier mit ein. Und, äh, früher gab's auch diese geilen Challenges. Siss, siss, siss. Ich kann das nicht aussprechen. Ich bin zu blöd dafür. Und ich bin auch froh, dass hier auch keine fahrenden Autos mehr gibt's. Außer diese Buggys. Oh. Scheiße. Ich lebe noch. Bruder, was willst du mit mir anfangen? Keine Chance, keine Chance. Ich dachte, ich hab mehr Muni hier. Ähm, kurzen Schuhen mehr reingönnen. Und die Buggys ist immer lecker. Lecker, lecker, lecker. Alter, wieso räume ich denn hier alle weg? Ich verstehe das nicht. Weißt du, früher, da bin ich wirklich eben mal gestorben. Aber jetzt sind die Gegner irgendwie, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, äh, Noobs oder so, aber irgendwie hab ich den Anspruch da verloren. Keine Ahnung, vielleicht war ich auch gestern, äh, gestern, sag ich. Ich wollte gerade gestern sein. Ähm, vielleicht waren die früher einfach richtig gut. Oder ich war einfach scheiße. Und hier ist, äh, Tilted. Äh, Tilted gibt's immer noch. Aber irgendwie sind die hohen Gebäude weg. Keine Ahnung warum. Vielleicht haben die gedacht, ja, äh, sonst snipen die von dort oben. Keine Ahnung warum die das gesagt haben. Oh. War da nicht jemand? Mann. Ich hab schon wieder irgendwelche, äh, Sachen im Augen. Im Auge. Gehen wir einfach mal hier rauf, hier auf das Gebäude. So, da sind wir auf dem Gebäude. Heh. Ich hab schon ein paar Umstände hier. Ähm, Gegner, Gegner, Gegner jetzt. Ich muss aufpassen, weil gibt's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, ganz ruhig. Äh, Kamera. Helf mir mal. Kamera will mir nicht helfen. Kommt der jetzt hier hoch? Nicht runtergehen. Na, woher campen? Hä, was bringt den das, äh, abzuschießen? Jetzt muss er sich ja wieder hochbauen. Warte, warte, ich kann Falle. Ich brauche, ich brauche Falle. Geil. Hä? Oh, schade. Na? Komm einmal da drauf treten. Ja, okay, wir müssen da drunter laufen. Aber nicht von meinem eigenen Fall drauf treten. Oder? Geht das so? Ne. Okay, das Feinti feiert das Teil. So, alles gesichert. Gesichert. Gut. Wir gehen weiter. Er ist wirklich rausgegangen. Ja. Keine Spur mehr. Warte mal, warte mal. Schei gedämpft, was hier. Geil. Oh, oh, da ist er. Scheiße. Ja, geil. Das war's mit mir. Oh, 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 juice. Bringt mir grad gar nichts. Warum mach ich das? Ich muss laufen, 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 laufen. Fuck. Komm, mach. Scheiße, hab ich genug? Ja, ich hab genug. Ich kann weitermachen. Nein, bitte, bitte schieß nicht ab. Bitte schieß nicht ab. Bitte schieß nicht ab. 15. 14. 13. Ja, ich schaff's noch. Aber grad noch so, Alter. Ja, ich muss runterspringen. Nein, ich drüff noch. Ah, Junge, das ist so besch... Schnellig wegen der beschissenen Scheiße. Nur weil ich runterspringe. Wow. Ja, aber mehr hab ich auch jetzt auf keinen Bock mehr. Ja, Leute, das war einfach nur eine kleine Runde. Äh... Ich würd nichts mehr dazu sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und kommt nicht auf Ideen, dass ich das irgendwie weiterspielen möchte. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.